Moin und willkommen auf meinem Kanal, TechDev. Ja, das ist mein erster Podcast, hier werde ich mich ein bisschen vorstellen, was ich so mache, was ich so gerne machen möchte und wo ich hinaus möchte. Ja, ich mache das Ganze alleine, ich mache das nebenbei und ja, der eine oder der andere Fehler passiert mir schon, das bestreite ich auch gar nicht. Ich versuche mich aber stetig zu verbessern und über konstruktive Kritik freue ich mich. Und auch den einen oder den anderen Fehler übersehe ich dann auch mal, dass man dann vielleicht das eine nicht sieht, was einem vielleicht hilfreich ist. Muss man das Ganze nicht negativ beschreiben. Das ist denn auch nicht hilfreich. Aber gut, das ist denn, scheint momentan die Mentalität zu sein. Ja, das eine oder das andere Produkt kriege ich schon gesponsert. Die meisten Produkte kaufe ich mir selber. Unten in der Artikelbeschreibung sind dann auch Links, da könnt ihr dann gucken, was ich denn so bei Amazon anbiete oder was man, was ich empfehle. Oder ihr könnt auch eine Spende mal hinterlassen, dass ich dann auch mal Produkte richtig kaufen kann von dem Geld. Und ja, ich möchte in Zukunft weiter Podcasts machen, neben den Videos. In dem Podcast, wie ich kurz beschreiben, werde ich denn nur Bilder einsetzen und werde das Ganze nur mit dem Ton versehen. Also das, was ich denn bespreche. Das werde ich aber nebenherlaufen lassen. Also nebenbei. Ich versuche ein bis zwei Podcasts die Woche zu schaffen. Und dann hoffe ich, dass ich dann, ja, dass das euch auch gefällt. Auf jeden Fall teilt mich, liked mich und dann würde ich sagen, freue ich mich schon auf mein erstes Produkt, was ich denn beschreibe im Podcast und dass ihr das dann euch auch gerne anhören mögt. Und in diesem Sinne, Ciao, ciao, euer TechDiv.